Eine Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in München. Das Objekt wurde 1973 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 58 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 800 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.